ja hallo mein name ist richard richard obelsberger ich bin seit über zehn jahren auf unterschiedlichen social trading und trading plattformen als trading coach als auch als trader selbst tätig ich möchte dir hier zeigen wie du deine eigene trading strategie umsetzen kannst dabei nutze ich die seit über zehn jahren erfolgreiche umbrella strategie vom wikifolio umbrella gerne zeige ich dir wie du einerseits eine fundamental analyse eine news analyse und in weiterer folge die charttechnische analyse für dich selbst umsetzen kannst dabei nutze ich direkt das wikifolio umbrella und du bekommst auch einblick wie ich dort diese ideen diese handelsstrategie umsetze ich freue mich wenn du mit dabei bist und uns hier auf unseren youtube channel in der folge unterstützt